okay du wirst einen komischen schatten so immerhin ist alles erledigt wir brauchen keine notizen wir haben hier noch zwei drei plaschen vier auch vier töten na gut so das sieht aus wie ein hässlicher fisch die insel der das da unten ist die flosse hässlicher fisch hässliche fisch insel hässliche fisch insel dann hässliche fisch insel damit wo ist denn der hässliche fisch ist es booty eil? booty eil ist es! da waren wir doch auch schon mal oh gott das ist aber ewig weit weg booty eil! eyo yo 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 eu und lief woher dann dir auch wunderbar gute nacht schlafgott und was ist das herz mit einem tumor ja über die form zu merken gucken ob die näher ist und da lohn kauf lohn kauf werden näher relativ und die einen brauchen wir nicht mehr dass er kaputt hier ist wirklich ein boot ja ich wusste du bist unartig und wo ist das twin groves twin groves wir halt hier sogar um das eck da muss man kämpfen kämpfe liefen heute alle nicht so gut das lohn kauf erst mal machen wobei die ist ein boot hier alles nicht so groß da sollte es einfacher finden die ist schon recht groß die insel ja egal das lohn kauf gehen also dort nordöstlich meine maus eigentlich irgendwo wasser hier drin ne wenn man im bett schlafen und jetzt aufwachen das kenne ich auch noch nicht ist man dann full life wieder wenn man nicht full life war oh ähm ups ähm tic 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 und go so nordöstlich haben wir gesagt in der nacht ist das halt immer gemein da sieht man nix was ist toten kopf am himmel mit 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 grünen augen was das das an dem ding vorbeistreten über der insel das ist so ein raid und das da mittendurch so sieht gut aus was gibt's da da ist ne insel drunter so wie es aussieht ein schiff ich sammle diese bieten dinger nicht mehr auf weg ist es oh oder cool ich hab den stab gefunden ha nice drive by loot passt ok hm sanctuary ist hier geradeaus aber da ist doch ne dicke steinkante oder da da ist feuer ach das ist keine insel mit feuer oder ein bisschen um das ding vielleicht rumschippern da ist gewitter da hinten da gehen wir nicht hin so vollgas volle bulle volle mürde wie man früher gesagt hat wo kommt das überhaupt her das ist so ein typisch deutscher deutscher spruch wo ich die origin gerne hätte volle mürde kaninchen angetriebenes go kart oder so von kindern so eine seifenkiste und vorne sind ein paar kaninchen dran und dann mit so ner ange mit ner karotte vorne dran das war dann volle mürde das ist die beste erklärung die ich mir ausdenken kann gerade hat da gerade schon wieder aus dem mord hey schon wieder den hai ich fight den jetzt auch nicht mehr der ist ja blöd also ich hab's ja wirklich versucht gerade also er klappt ja überhaupt nicht das ist keine eingezeichnete insel ne ne das ist wirklich einfach nur als obstacle da brech oh wir sind ja schon bald da nein die insel wurde ganz schnell naturiert bevor wir da waren die terraformt eher lang nicht da ja wunder nein nein das holen wir ein den holen wir auch ein ich möchte ja so parallel dazu stehen ne verstehe was ich meine und daneben auf jeden fall ist das oh ich will die flaschenpasta halten jetzt passiert nix na gut steht da einer aber kopfgerägerin wenn du nahe genug bist mit mir zu sprechen denn nur weil ich dich verschont habe gut schießen dem großen baum da drüben hockt eine fliege würdest du mich bitten sie zu erschießen würde ich sagen in welches auge ok ich könnte hier kochen ok steht da einfach wirklich mal jemand das war jetzt gehört das bist du oder hier sind wir wo bin ich denn jetzt an land gegangen eher die frage hier ok ja da ist ihr bucht da sind die drei palmen ich suche euren schatz gerade erst chill mal ich habe ihn gefunden oh gott moment voxie hello gott bei euch gab es auch auf cfc herzlichen schönen guten abend herzlichen schönen guten abend das sind sätze die man hört gott ah danke für den shoutout immer wer raided bekommt immer nen shoutout was habt ihr so getrieben habt ihr mich heute mal versenkt ich habe heute einmal gegen dieses große feuerschiff gekämpft in meiner schaluppe war nicht erfolgreich surprise euer zischung geht mir so auf die nerven ihr seid wahrscheinlich auch erfahrenere spiele im gegensatz zu mir warte mal ähm so die haben wir ok da oben oder warte mal ist das der große stein ja das ist die palme da ist der sandstreifen ja warte mal hab ne 10er hg streak geballert ich habe leider keine ahnung ich spiele das jetzt im dritten mal was ist eine hg streak ne doch da ist das rote das muss irgendwo hier sein ich bin ein bisschen näher dran ne ah ja ähm ich habe keine munition mehr droppt ihr jetzt zufällig muni nein das ist ja ärgerlich hg sanduhr ah dann könntest du einer der sein dem ich letztens in die sanduhr getrickt habe da 10 mal gewonnen oh nice die sanduhr wurde mir beim letzten mal ich war auf einer insel hab mein stuff gemacht äh währenddessen kam ein großes schiff äh die waren zu dritt auf meinem schiff und hab irgendwas mit touch the hourglass touch the hourglass mach ich so hä was soll ich machen chat hat zwar gesagt ich soll es nicht machen aber auch wenn ich nein gesagt hätte hätten die mich halt einfach weggeballert von daher war eh egal so in pvp und so bin ich halt noch nicht drin hier entweder hier oder da vorne auf der lichtung ist etwas fies aber machen viele ja vor allem mit anfängern da kommt wasser raus ach nee die heult mir jetzt wirklich einen vor wo ist denn mein schiff da oh nein also schlimmer als die betrunkenen kiste vorhin das ist ja bis ans ende laufen ein schiff aufs andere ende fahren wäre das klüger felsen diese riesig und das ist der strand diese bucht in der zeit kann halt locker irgendjemand vorbeikommen die kisten klauen so schippern wäre klüger gewesen ich bin auch noch allein unterwegs weil ich lerne allein deutlich besser der große steine hier sind überall große steine ich könnte hier sein warte mal wo ist dieses holz nee wo bin ich denn nee da sind wir noch nicht da oben ist was aus holz da ist der steg muss ja noch weiter was da ist eine bunte flaschen guck mal ich bin so einfältig ich freue mich sogar schon immer bunte flaschen guck mal der karte immer Richtung Norden macht das einfacher ich weiß ja nicht wo Norden ist da da das wellen gehen immer nach südosten hieß es mal ne da das muss ja hier sein schade ach stimmt ich habe einen Kompass nicht hier Mist naja warte mal da ist das Holz Ding jetzt nicht ach nö das sieht alles gleich aus hier cm hat einmal im Schatten hat mal ein bißchen mehr erkannt im Endeffekt von dem Engine nach Westen Wann? Der auf 7? 7. Bin ich hier? Ups. Jetzt hat Yellow wieder einen Shoutout bekommen. Mist. Ich war noch im falschen Menü drin. Hier nach Westen. Waren wir mal hier so lang. Aha. Und wenn Skeletons da sind, ist man eh nah genug. Ei. Nein. Der Kompass, ja. Allein solche Sachen vergesse ich halt noch komplett bei dem Spiel. Dass die existieren. Eben noch neu halt. Ja. Oh Gott. Und jetzt einfach wieder über die ganze Insel zurück. Ja, okay. Wahrscheinlich ist es da drüben irgendwas und all mein ganzer Stuff ist weg. Und Waxi, danke für den Follow. Vielen Dank. Ich sehe mal den Masten da drüben durchblitzen. Und jetzt hüpfen. So. Die Kopfgeldjägerin. Was mit der ist. Ach so. Oh. Die Kiste. Ich dachte mir, wer schneidet denn da jetzt? Oh, die Kiste ist das gut, ey. Haps. Ähm. Mein Schiff hat sich gedreht. Was rum? Sehe ich jetzt aber auch viel Spaß noch. Dann nochmal danke für den Raid von den Follow. Schlaf wunderbar. Hab eine gute Nacht. Ach, warum hat sich denn mein Schiff gedreht? War es nicht perfekt ausgewichtet? Das kann natürlich so sein, ne? So. Hap. 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 Oh nein, die Kiste. Ich sehe das letzte. Oh, perfekt. Vier Schuss. Vier Kisten. Das ist ja super. So. Und ja gut. Einfach Sanctuary nach Westen. Ach ja. Und den haben wir auch noch. Ja, hier lieber. Zack. Und ab. Abflug. In Sanctuary. Na da irgendwo. Ach so, das Ding. Oh Gott. Bitte voll einlenken. Oh Gott, 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 oh Gott. Schaffen wir das noch? Ja, oder? Eimann. Eimann? Ein Bluthund, hey. Schönen guten Abend. Die Kiste macht dein Schiff voll. Nein. Oh. What? Dann höre ich denn schon wieder Kampf-Sound. Tage fürs... Oh, das hätte ich ja nie geschnallt. Oh, die Arme hat gesagt, er säuft. Warum leckt denn das Spiegel so krass? Vielleicht mal alles gut mit dir? Oh, CPU 80 Grad? Ich muss die Lüfter mal nur einstellen. Aber warum nicht Battle Sound? Weil ich absauf? Slowly oder wie? Warte mal. Oh. Zeit für den Caps Lock. Alles gut, alles gut. Die Kiste heult mir. Mein Schiff... Wo wäre es euch? Der Sound ist, wenn ein Scally-Schiff auftaucht. Aber wo? Das wird definitiv die erste Kiste sein, die wir gleich abgeben. Ah, ist ja kacke. Ah, da. Ach, nee, verpiss mich doch. Der ist halt genau zwischen mir und... ...der Insel, wo ich hin will. Ach, ist natürlich das kacke, ne? Da müsste es halt wirklich jemand aus dem Chat mal anstellen. Der... Ah, dann liegt er auf mich. Oh, boi. Ah, bluh, 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 bluh. Äh, häp. Weiter, hier ist weiter auf mich. Auch wenn ich vor Anker gehe. Sehr krass. sie nicht verziehen gibt es das ab ich will geld ich will nicht mein eigenes haben weil dann so lange bis du sie senkt ja da habe ich keine zeit für wir gehen jetzt hier weg dass wir die kiste hier runter das ist ja vielleicht das ist super dumm dass die da jetzt kam vor wenn ich die kiste an bord habe danke nehmen wir das mistding ab 6.700 vor wow die war gut die kiste irgendwer bin ich so doof da drauf zu laufen geht weg das wasser hier weg na ok alles weg kann sein dass die hier nicht treffen ja mehr wie doch wenn die mich jetzt hier runter ballern ich werde sauer möchte mein geld haben schade dass man das wirklich nicht machen kann mit in der kiste sich überschießen was wir so angenehm ja wo die kiste für dich sind sie weg da kommt die musik wieder aha jetzt ging es aber sie sind da vorne ich habe eher die gehen weißt du hast moment was habe ich denn da noch aufgesammelt hallo nicht ranziehen da sind die jetzt weggefahren ja oder hätten keinen bock mehr haben gesehen der ignoriert uns ist gar nicht sein schiff ist ja nur gechartert noch mal 3000 das heißt wird die andere kiste jetzt auch noch 3000 gibt würde uns eine kugel von so einer flammen insel reichen damit ich mir endlich mal ein schiff kaufen kann ja 20.000 fehlen dann noch das ist eine kugel und chat hat noch keine guten namensideen abgegeben im feedback channel frech ach schön und hab noch mal 3000 tatsache eine rote kugel und ich hätte mein chef dann haben wir heute richtig viel kohle gemacht also heute erst mit der server konnektivität ein bisschen wird das hat letztes mal besser geklappt was das gewürzeln auch kann man auch noch überbringen ist ja gleich hier wochen die hier ja ne random 20.000 schade ja ich bin nicht gesprungen ich habe auch nicht alle gedrückt das war es mal wird so wenn das bund ansehen erhöht ja das ist weg ok ah gott und scary tv danke für den follow wir haben ja noch den stab gefunden random 20k der hier bitte ne ne der kann ja irgendwas ne ist das ne gute waffe und wird größer wo willst du den ja wunderbar du ne 50 naja ist ähm geld ist geld wir wollen ja mal nie so sein ach ja das waren die das war die schatz suchen hier ne meine karten ah fünf karten pro tag ne 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 wir haben noch wir haben noch wir haben noch wir haben noch nennennennennennennennenn Нов ne 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 nee ne neue Ups. Ah, doch. Aber machen wir heute wieder Feuerwerk am Ende vom Stream? Oh. Die Ankerkugeln. Guck nicht so. Teil mal deinen Stuff. So. Ah ja, okay. Höp. Höp, 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 höp. Höp, höp. Oh. Hm, was hab ich noch dabei? Die, wir mal. Ähm. Actually. Haben wir den anderen noch dabei? Nee, schade. Na gut. Wenn der Grund. Dann war's.